Oh mein Gott, könnt ihr das da sehen? Boah, das haben wir lange nicht mehr gesehen. Es ist so angenehm warm. Und weil es jetzt endlich mal warm ist, die Sonne scheint und es ja auch schon fast Mitte März, glaube ich, ist, wird es höchste Zeit, draußen jetzt Direktsaaten zu beginnen und im Gewächshaus weiterpflanzen, fortzuziehen. Jetzt könnt ihr richtig durchstarten. Ich habe hier zig verschiedene Salate, Radieschen und so ein Zeug. Das zeige ich jetzt mal kurz und dann fange ich direkt an. Und das kommt jetzt alles in die Erde, obwohl ja auch schon einiges ist. Das kann ich auch mal kurz zeigen. Im Gewächshaus sprießt es auch. Hier auf der Seite hatte ich Feldsalat gesät. Der kommt mittlerweile richtig gut bei dem schönen Wetter. Leider nicht ganz so dicht, weil wie man sieht, ich habe wieder Mäuse im Beet, die mir alles abknabbern. Aber ich glaube, damit muss ich irgendwie leben, weil ich kann so viele fangen, wie ich will und da kommen immer welche nach. Hier links sind auch ein paar interessante Sachen. Da hinten treibt der Tabak wieder aus. Da brauche ich gar keinen neuen aussäen. Die Zitronen treiben auch zum Teil neu aus. Hier die Baumtomate auch. Also alles treibt schön aus. Auch hier wieder Unkraut natürlich. Und ja, es wird auf jeden Fall mega geil. Und da ist gerade ein Zitronenfalter gewesen. Also alle Zeichen stehen auf Frühling. Es kann losgehen. Und der alte Emia ist auch noch dabei. Jahr für Jahr. Die wird irgendwie uralt. Aber ist das schön, solange sie noch kann und sich nicht komplett quält. Hier habe ich jetzt zum Beispiel Neuseeländer Spinat. Eigenes Saatgut von letztem Jahr. Aber auch wieder gekauftes. Da will ich mal den Unterschied sehen. Und vielleicht klappt das ja auch gar nicht mit eigenem. Deswegen habe ich dann vorsichtshalber nochmal was bestellt. So. Das kommt auch rein. Das kommt alles einfach schön in die Erde. Ganz easy, wie jedes Jahr. Einfach in die Erde. Angießen. Und zack ins Gewächshaus. Ist gar nicht so eine große Kunst. Jetzt darf es nur nicht mehr zu kalt werden für die ganzen Jungpflänzchen. Wenn die dann keimen. Aber ich denke nicht, dass das das große Problem sein wird. Bisschen mit Erde bedecken. Und dann angießen. Und der Neuseeländer Spinat war wirklich klasse letztes Jahr. Da kann man ruhig mal ein paar Meerpflanzen von anbauen. Da kann man wirklich schön was ernten von. Mein Gott ey. Heute klappt es überhaupt nicht mit der Technik. Die Kamera geht ständig aus. Das Mikrofon funktioniert nicht. Aber was ich jetzt zum dritten Mal sagen will ist, dass in Zukunft auf jeden Fall mega geile Projekte kommen. Weil ich jetzt im Moment im Abistress bin, kommen erstmal nicht so viele Videos. Aber danach geht es richtig los. Da habe ich mehrere Monate Zeit, bis mein Studium beginnt. Und dann wird sich hier viel ändern. Darüber werden Videos kommen. Und ich will noch nicht zu viel versprechen, weil halt noch nichts feststeht. Aber mein Studium hat auch was mit diesem Thema zu tun. Und da werden dann wahrscheinlich noch interessantere Sachen kommen. Und auch fachlichere Sachen. Darauf werde ich mich ziemlich freuen. Und ja, das nochmal kurz als Ankündigung. Ich sehe jetzt Mitte März den Spargelsalat aus. Das ist wirklich eine Rarität. Man kann nachher den Strunk ernten, schälen und so wie Spargel verarbeiten. Den sehe ich jetzt hier in ein Töpfchen aus. Der kommt dann ins Gewächshaus. Und dann gucken wir mal, wie der sich macht. So sieht es jetzt hier im Gewächshaus aus. Schön die Paletten alle befüllt. Die Tomaten. Die hatte ich auf der Fensterbank, wo überhaupt gar kein Licht hinkam. Weil alles schon so voll war. Die sind geschossen. Und die habe ich jetzt schon vorzeitig umgetopft. Eigentlich soll man das ja erst machen, wenn die ersten Blätter hier anstelle von den Keimblättern rauskommen. Oder zusätzlich. Aber das ging nicht mehr. Und jetzt habe ich die halt hier als Versuchskaninchen sozusagen ins Gewächshaus gestellt. Wenn die die nächsten paar Tage überleben, folgen alle anderen auch. Die Paprikas und so. Dann brauche ich die nicht mehr drinnen auf der Fensterbank quälen. Und meine Eltern auch nicht mehr. Jetzt im Beet werde ich auch schon ein bisschen anfangen. Wie gesagt, hier würde ich eigentlich am liebsten anfangen. Aber das kommt weg, weil da ein Weg hinkommt. Deswegen kann ich jetzt irgendwie erst ab hier anfangen oder so. Und ja. Ich sähe jetzt erstmal Radieschen und Spinat aus. Und ich habe ja diese schöne Technik, dass ich einfach hier Laub drauf lege und somit mega gute Erde habe. Gar nicht mehr umgraben muss. Und wenn man dann was direkt säen möchte, ist das zwar ein bisschen aufwendiger, aber auch eigentlich mega easy. Man nimmt einfach hier das Laub weg. Und zieht das zur Seite. Macht die Spur frei sozusagen. Holt hier nochmal Unkraut raus. Und dann mache ich das einmal hier gerade ein bisschen. Und wie gesagt, die Erde ist mega fluffig. Das geht so gut dadurch. Mit der Technik, mit dem Laub. Habe ich ja schon mal ein extra Video drüber gemacht. Das klappt wirklich richtig gut. Und jetzt kann ich schon das Saatgut holen und direkt anfangen. Also einige machen sich ja immer extrem viel Mühe im Frühjahr, graben alles um und so. Müssen Beete vorbereiten. Das habe ich hier gar nicht. Zum Glück. Oder nicht mehr. Das hat auch lange gedauert, bis die Erde so schön war. Und ja. Jetzt hole ich mal das Saatgut. Weil ich Radieschen gar nicht so gern esse, werde ich gar nicht so viel aussäen. Nur hier diesen Streifen. Ich streue das Saatgut einfach da drauf. Ich mache keine rein oder so. Sondern streue das einfach auf diesem Streifen aus. Und werde dann zur Not später vereinzeln, wenn welche zu dicht aufgehen. Jetzt einmal wieder das Ganze unterarbeiten. Und andrücken. Noch einmal angießen. Und dann haben wir schon eine erste Freilandaussaat getätigt. Und das mache ich jetzt immer so in Streifen weiter. Egal ob Aussäen oder Auspflanzen. Dann hat man immer schöne Streifen und dazwischen kann man halt gut laufen. Diese Technik hat sich irgendwie so bei mir im Laufe der Zeit bewährt. Ach schade, dass ihr das gerade nicht sehen könnt. Es saß hier gerade eine Honigbiene auf meiner Kamera. Schön, dass ich die hier auch nochmal sehe. Das war es jetzt schon wieder soweit hier aus dem Garten. Ein paar kleine Updates. Mal wieder ein Lebenszeichen von mir gegeben. Also wie gesagt, ich habe jetzt noch bald Klausuren, Abitur. Wenn das durch ist, werde ich richtig durchstarten im Garten und auf meinem YouTube-Kanal wieder. Damals, vor so zwei Jahren oder so, habe ich auch täglich in den Sommerferien ein Video hochgeladen. Und das wird dann, ja nicht täglich sein, aber halt länger als die sechs Wochen Sommerferien, weil ich dann halt bis Oktober frei habe. Darauf freue ich mich schon extremst. Ja, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr jetzt schon so im Garten macht. Wie weit ihr seid. Jetzt mache ich wieder kurz Werbung. Einmal für meinen Instagram-Account. Ich habe einen auf Instagram, Arztgarten oder auch auf Facebook. Aber auf Instagram bin ich viel, viel aktiver. Da gibt es halt Updates, die es auf YouTube so nicht gibt, weil das halt viel, viel schneller geht. Einfach Handy zücken, Video machen, hochladen. Und hier muss ich halt schneiden. Das Hochladen dauert viel länger. Alles einstellen und so weiter. Deswegen gibt es da jetzt in den nächsten Wochen mehr Aktuelles. Das könnt ihr einfach abchecken. Und ihr könnt auch gerne wieder auf Amazon auf die Links gehen in der Videobeschreibung. Wenn ihr ein verlinktes Produkt oder irgendein anderes über diesen Link kauft, kriege ich eine kleine Provision ab. Ich sage das in jedem Video, aber ich verkaufe, was heißt verkaufen? Traktor. So. Traktor weg? Ja. Ich verkaufe so gut wie gar nichts darüber. Deswegen mache ich jedes Mal die Werbung. Bringt eigentlich gar nichts. Aber vielleicht, die Reichweite wird ja immer größer. Irgendwann wird sich das schon lohnen. Also, wenn ihr mich unterstützen wollt, einfach über den Link. Ja. Was gibt es noch zu sagen? Ich freue mich über das schöne Wetter. Ich denke, ihr euch auch. Hier kann man sich ablenken von den ganzen News und dem ganzen Kack. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich wollte noch eben schnell anhängen, dass ich jetzt hier diesen Streifen komplett Spinat ausgesät habe. Weil ich habe überlegt, das dauert ja eh noch circa zwei, drei Monate, bis ich hier anfange, nach dem Abitur alles umzubauen und Wege zu machen und Terrasse zu erneuern und alles. Und bis dahin kann ich den Spinat da ja verwachsen lassen und dann abernten. Ich meine, warum nicht? Dann ist das wenigstens nicht hier ungenutzt. Naja, weil das halt eine schnelle Kultur ist, lohnt sich das ja, finde ich. Das wollte ich nur eben dranhängen. Und jetzt. Tschüss, tschüss.